Heute ist der 2. Dezember. Jetzt wird das zweite Türchen geöffnet. Ich freue mich sehr, ein Türchen zu sein bei dem großen Santiago Adventskalender. Mein Name ist Anne-Marie Eiffeld und ich habe euch natürlich für mein Türchen einen Song mitgebracht. Und zwar meinen eigenen, das Schönste an der Weihnachtszeit. Das Schönste an der Weihnachtszeit bist du. Das Schönste an der Weihnachtszeit bist du. Eine schöne Adventszeit.